Hallöchen meine Freunde, willkommen zu einer weiteren von Dead by Daylight, schon lange nicht mehr gespielt und ich weiß mir noch ein paar Rituale hier und zwar, warte mal hier, täglich Rituale, einmal können wir der Anfang, tätige kooperative Aktion für jetzt kommt 180 Sekunden, 134 Sekunden haben wir schon gemacht, wie gesagt, dann machen wir die erstmal zu Ende und dann machen wir die mit den Killern und es gibt sogar neue Killer, habe ich diese, neue Überlebenden, die habe ich aber leider noch nicht, die möchte ich aber demnächst, sobald mein alten Pflegerlohn drauf ist, wie ich ganz gerne, ähm, kaufen, einmal hier, äh, das Gespenst, sie hat immer so verkehrt raus, aber ich kann es leider nicht machen und dann haben wir noch einmal, als Überlebender, wenn ich kurz gucke, einen jungen Mann habe ich schon gesehen, Mann war glaube ich, ne, obwohl, ähm, Überlebende, hier, den hier, diesen Adam Frenzisch, habe ich auch schon, weiß ich nicht, will ich hoffen, aber, können wir am Ortal noch nicht spielen, müssen wir noch ein bisschen warten, aber ich würde sagen, wir machen erstmal, mit mir freuen, klar, ich habe keine Freunde, äh, spielst du heute eben nach, wir bleiben bei der Rituale hier, wenn man irgendwelche Items, ähm, wir nehmen mal Wechselkasten, So, Opfergabe haben wir noch was, Wie weit 75 Bonus Blutpunkte, geil, wir haben montan 88.000, äh, noch nicht so viel, Wir sind am Lobby bei, ich hoffe, es geht schnell, hoffe ich nicht. Wenn nicht, dann muss ich einmal einen kurzen Cut machen, aber ich glaube, Sieht gut aus. Er soll mal ping warten, ob der nachher runter geht vom Killer? Wäre schön. Äh, Ja, oder auch so, Warst du, wo ist man Server getrennt? War ein Fehler bei der, Warte, Validierung, der, äh, des Hostkontos, und mit Easy Anti-Sheet, Fehlercode 2 aufgetreten ist, bitte was? Nochmal. Bitte was? Anti-Sheet, Fehlercode 2, was? Hat der, hatte der Killer an? Hat der Sheet an, oder was ist los? Bereit? Gucken, was nun passiert. Alles, was funktionieren, hoffe ich. Oh, für alle Spiele in dieser Runde, geil. Weißt du, ob ich bin so egoist, so nur für mich. Unter anderem, 100% Bonus-Blues-Punkte für alle Überlebenden, für alle Mitspieler. Und ich nur für mich. Ach, der ist einfach so herrlich. Dead by Daylight, alle Bildschirme sind einfach herrlich, wirklich. Ich glaube, der werden die nie ändern, glaube ich, weil einfach so ein langer Ladebildschirme gehört bei DVD einfach dazu. Das ist ein Muss bei DVD. Aber ich weiß gar nicht, ich habe den Geist... Ne, das Gespenst. Wie ist der, glaube ich, der neue Killer, glaube ich, ne? Ich habe ihn, äh, nicht gekauft, aber kann ich gegen ihn spielen, ich glaube wohl, ne? Ich glaube, gegen ihn spielen könnte man, glaube ich. Ich habe ihn auch noch nie gegen den Clown gespielt, ich habe ihn schon mehrmals selber gespielt, auch noch nie gegen den. Ich weiß nicht, bis heute noch nicht, was diese Scheiß, ähm, Säure da ausrichtet. Weil ich bis jetzt noch nie, selber noch nie gegen ihn gespielt habe. Ich habe nur mit, äh, als den Clown gespielt, noch nie dagegen. Ich habe hier gerade schon einen Generator gemacht, dann laufen wir weiter. Jetzt sind wir mal einen eigenen, da hinten. Oh, Jägerin, glaube ich, ne? Ja, Jägerin. Ciao. Oh, einer wurde schon mal geschnappt. Wahrscheinlich der eine gerade hinten am Generator, wahrscheinlich. Was? Wieso hinkt der denn schon? Kacke. Oh, der ist ein guter Versteck da, ne? Muss ich mal merken. Da wird echt gut verstecken. Oh. Was passiert denn da hinten gerade? Achso, der ist verletzt, ne? Der ist der Verletzte, glaube ich. Oh, ich baue... Ich baue... Ich baue mich gesehen, glaube ich. Oder auch nicht. Ey, Junge, warte, 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 warte. Ey, hier, 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 hey. Soll ich nicht heilen? Dann nicht. Dann halt ich halt nicht. Der will sich nicht heilen lassen, komischerweise. Der eine möchte ihn auch an, aber irgendwie will er nicht. Ich verkürze das den Weg einfach. Geil. Hier ist noch ein Generator. Aber irgendwo habe ich durch die irgendeine... Warte, nicht irgendwo, hier? Da hinten, den habe ich angefangen, ne? Dann gehe ich da mal weitermachen. Und da. ja danke hatte der macht extra weil die sollte drücken top leute top ich hasse die jägerin als killer ehrlich gesagt aber ich habe es nicht einmal gesehen zum Glück das ist schon der gleiche vorhin obwohl die wir in der Auge machen müssen damit helfen meine mit 2 wenn sie jetzt entschuldigt auch auch fast 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 6 das kochee von konzern von konzern haben schon sabotieren sehr geil ein facken Generator bleib hier stehen hier ich halte verdammt 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 oh das reicht glaube ich nicht mehr oder ich glaube das reicht nicht boah hat nur gereicht geil da hat er vielleicht Glück haha haken abgemacht hab ich haken abgemacht wa alter warum er holt er sich denn nicht der lag die ganze Zeit da oh fuck sorry hahaha haha haha Oh Gott. Hilfe. Hat er mich nicht gesehen? Ehrlich? Was macht der Killer denn da? Warum hängt der nicht einfach auf? Der war auch direkt am Haken. Verstehe ich nicht so ganz. Ey Gott, der möchte mit uns spielen. Sagt, wie war ich so als Stuppe gefühlt? Wir sind zu viert, ja? Ich sehe die ganze Zeit nicht ihn auf Boden und die andere Person, die hier rumläuft. Wo ist der andere? Wo ist die vierte Person? Ich zähle nur drei hier die ganze Zeit. Dann muss das schon so langsam sich mein Generator machen oder nicht? Ah, wer von Teufel spricht. Komm, legge dich frei, legge dich frei, legge dich frei. Hä? Der wollte noch zum Ausgang bringen, oder? Ich glaub wohl, der wollte noch zum Ausgang bringen. Ich glaub, der möchte einfach nur punkten, glaub ich. Glaub ich. Komm, ich soll da einmal schlagen. Komm, schlag mich. Hier, hier. Ey, 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 Junge. Schlag mich. Ey, bleib stehen. Warte nicht. Dann hau ich ab. Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub am Ende sah irgendwie so aus, als ist er extra am Haken vorbeigelaufen, ne? Ich glaub, der wollte einfach zum Ausgang bringen, glaub ich. Glaub ich. Wie war sagt er für dann noch so aus? Er hat dann mehrere Möglichkeiten gehabt, ihn aufzuhängen, hat er nicht gemacht. Geil. Wir haben ihn abgeschlossen. Okay. Egal. Gut. Verlassen. Warte, 131 Blutpunkte? Ach, 131.000 Blutpunkte? Ehrlich? 131, klar. Das ist ja nix. Krass. Insgesamt 156.000. Krass. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken und zu alle. Wir können auch nochmal Überlebensspielen. Ich komme und überlebe einmal mit MacThompson. Ähm. Ey. Ey. Die hier, ne? Au. Level 6. Was? Du bist erfüllt von unerwarteter Energie. Wenn die Flucht kurz bevor steht, heile sofort einen Gesundheitsstatus. Oh. Und sprinte um 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit für 5 Sekunden. Okay. Okay. Das ist auch nicht verkehrt. Jedes Mal, wenn ein Generator gemacht wird, wird mir die auch als Killer 15 Sekunden angezeigt. Ähm. Hmm. die maximale drei sekunden ist wenig aber könnte auch manchmal lebensrettend sein immer die beiden hier opfer gar nichts alter soll auch nicht ich möchte jetzt aber jetzt investieren mit der ich ganz gerne mal so einfach mit nix in den kisten kann man auch mal finden also dann lobby bei das ist eigentlich schön David King der ist von michael meyers lang fingerknochen schade Lagerhaus, Technik München an Wiesen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall entkommen, da ist schon mal sicher, ich habe die so selten gespielt, ehrlich, das ist doch ungewohnt, weil ich habe meine Nähe, heißt die glaube ich, ne, weil ich in Hockey gehe, oh fuck, habe ich einen Perk, wo ich schnell kriechen kann, weil ich hier überhaupt nicht kann, das ist extrem ätzend, ich habe einen Disconnect dabei, verdammt, der kriegt nachher sofort eine Meldung von mir. Alter, machen wir ihn da, der eine wurde jetzt schon gepackt, aber wir waren mal getroffen. Ich sehe jetzt schon, die Runde wird katastrophisch. Der Keller auch noch, verdammt. Und warum, was ist jetzt mit dem da? Warum leuchtet das da hinten jetzt? Achso. Ich glaube, ne, der ist im Schrank verschreckt. Ah, clever, ich wollte schon sagen, ich dachte, der Kieler hat mir jetzt auch schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schon wieder Jägerin, glaube ich, wenn ich die richtig gehört habe. Das wird wohl nichts. Warum das denn da liegen? Ach jetzt. Das wird wohl nichts. Warum das denn da liegen? Krass, also wenn einer hängt, kann ich sehen, wo der andere ist. Ist auch nicht so verkehrt. Ich weiß mal, hoffentlich überlebt er den. Ich möchte den Generator gerne fällen machen erst und dann möchte ich gerne hinlaufen. Ich hoffe, der überlebt das. Ach, der eine geht da schon hin, alles gut. Alles easy. Hä? Was ist jetzt passiert? Tschau. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Fuck, 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 fuck. Ne. Ich hasse die Killer-Rent. Ich hasse die Willy-Pest. Aber die Luke ist, glaube ich, da, glaube ich, ne? Wenn der eine, wenn ich jetzt sterben sollte. Am Arsch der Welt ist das doch. Beim Ernst. Geil. Weißt du, zwei Generatoren gut gemacht. Alle habe ich gemacht. Weil es von der eine Disconnect, der andere hängt nur. Und jetzt hänge ich auch. Und da. Ich mache die ganze Arbeit. Der kommt nachher durch die Luke wahrscheinlich. Na, okay. Der hilft mir jetzt. So, sie hilft mir. Sehr geil, danke schön. Der muss jetzt schnell weg. Smoke. Oh Gott, ich glaube die Killer haben ich gesehen, glaube ich. das werde ich niemals schaffen oh, direkt neben dem Haken ich hoffe, dass das so eine gute Idee ist oh, verdammt oh, verdammt ich muss helfen, die hat mir auch geholfen egal was passiert, wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf, aber die haben mir auch geholfen ich muss auf jeden Fall helfen nein, ich renge gegen den Baum, na toll bitte entkommen, bitte entkommen verdammt verdammt was nun? hä, wo, wo kann der Kinder mit der hin? vor der hinten jetzt aber er kennt mich, der ist sehr, sehr gut ich muss jetzt mit der laufen, wir müssen uns nachher gegenseitig halten, anders geht das nicht nee, Hilfe schade, 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 schade hat nicht geklappt da war der andere nicht äh, was? ich muss schon sagen, ich dachte, ich renne jetzt zum Schrank denn er glaubt, er hat nur einen Haken gesucht, glaub ich wenn er nichts gefunden hat ach, verdammt bringt eh nicht zu wiggeln was? weh ach so, der war wahrscheinlich zu lange in den Schrank wahrscheinlich geil, ist es egal schade, die Runde war, mein, rein gar nicht schade, schade aber hat der Killer gut gemacht, ehrlich, aber der andere, der andere muss melden, das ist scheiße natürlich ein weniger leider aber der Killer hat gut gemacht GG äh, Killer den, äh, wie geht nochmal hier überhaupt, ne? hm das können wir nimm absen- hallo? ich darf mal absenden geht doch das Spiel wird mal gut alter war auch er hier krass krass, getroffenes Ziel leidet 120 Sekunden lang deutlich unter dem das Statuseffekt zerfleischt stapelbar krass er ist heftig, aber okay äh, ich muss einmal mit dir entkommen das werde ich, glaub ich, überhaupt ohne mich auszurüsten, wenn ich das wahrscheinlich nicht schaffen ich werde es jetzt noch einmal versuchen ohne mich auszurüsten aber wie gesagt, ich glaub das in der nächsten Folge ich weiß gar nicht, wie lange ich das aufnehme zwei Runden eine Runde sind wir entkommen wir haben alle gerne Atoren gemacht vielleicht, weiß noch nicht zehn Minuten zehn bis fünfzehn Minuten, würd ich sagen und die Runde hier ja auch, wie wir sagen, fünfzehn Minuten, würd ich schätzen ungefähr ähm, da würd ich sagen, danke für's zugucken zu hören bis zur nächsten Folge ciao Bis zum nächsten Mal ką